Wie ich mit der Zeit umgehe, damit ich nicht mit der Zeit gehe bzw. untergehe. Untergehen verstehe ich hierbei im Sinne, dass ich eben vor lauter Arbeit oder Prioritäten von anderen nicht mehr an meinen priorisierten Themen arbeiten kann. In dieser kurzen Episode möchte ich mich dem Thema Zeit widmen. Und auch wie ich damit umgehe. Herzlich Willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und dieser Podcast ist für Fach- und Führungskräfte konzipiert. Du findest neben mir auch weitere sehr interessante und inspirierende Mentoren auf upspeak.de. Also schau auch da vielleicht mal rein, könnte sich durchaus lohnen. Ja, wer mich bereits in anderen Podcasts gehört hat, weiss, dass ich immer davon spreche, dass ich heute meinen Terminkalender selber füllen kann. Früher wurde dieser zu einem großen Teil von anderen gefüllt. So standen schon am Anfang des Jahres sehr viele Meetings definitiv schon fest. Und heute ist das natürlich ganz anders und das ist tatsächlich ein riesengroßes Geschenk. Also für mich auch ein echtes Freiheitsgefühl. Und Freiheit ist für mich ein ganz zentraler Wert. Das klingt jetzt vielleicht alles ganz geschmeidig und einfach. Ja, schon irgendwo. Aber ich kann dir sagen, das war nicht immer so. Also am Anfang meiner Selbstständigkeit war es beispielsweise so, dass ganz viele Kollegen aus meiner alten Zeit als Personalleiter bei der Hilti auch das Gefühl hatten, ja, da kannst du ja beim Christoph anrufen, da kannst du vorbeikommen. Und sie hatten recht. Ja, also sie konnten tatsächlich auch bei mir einfach so vorbeikommen und das ging so. Und bis ich irgendwann mal gemerkt habe, hey, stopp, das geht nicht. Das funktioniert so nicht. Weil ich habe ja heute kein Einkommen mehr, wo jetzt durchs Unternehmen kommt. Und ich bin ja schon für sie da, aber heute natürlich ganz anders. Das heißt, ich muss ja meinen Unterhalt, ich muss ja auch mein Geld selber verdienen und meine Zeit hier auch richtig einsetzen. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich das gemerkt habe und bis ich auch gemerkt habe, dass vielen das gar nicht so bewusst war. Dann habe ich irgendwann mal tatsächlich auch einen Riegel vorgeschoben und habe gesagt, so stopp, das kann so nicht sein. Und habe auch wirklich meiner Zeit auch einen Wert gegeben. Und auch das war gar nicht so leicht, am Anfang auch sich da den Wert zu geben. Was ist denn, welchen Wert kann diese Stunde haben? Oder welchen Wert sind andere bereit auch dafür zu zahlen? Und anfangs habe ich dann tatsächlich auch, ich habe dann auch meinen Wert reduziert. Ich habe dann Rabatte gegeben. Und das war auch eine interessante Erfahrung, dass immer dort, wo ich wirklich Rabatt gegeben habe und auch preislich stark entgegengekommen bin, dass da praktisch das Gegenüber praktisch immer, ich glaube, es gibt ganz wenige Ausnahmen, aber praktisch immer dann irgendwie ein Zahlungsproblem hatten. Also die haben dann zu spät, also gar nicht, kann man nicht sagen, aber wirklich zum Teil extrem spät bezahlt, wo ich gedacht habe, hoppala, was ist das? Aber eben, es sollte ja heute nicht um das Thema Preis gehen und Zahlungsthemen, das könnte vielleicht ein anderes Podcast-Thema sein. Genau, mir ging es ja heute wirklich um das Thema Zeit. Und da ist für mich tatsächlich der Terminkalender zentral. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Klingt einfach, klingt ja einfach. Und gleichzeitig sehe ich, dass eben viele ihren Terminkalender, also ich bin ja viel auch mit Verkäufern unterwegs, den so nicht aktiv selber füllen, sondern auch vielleicht befüllen lassen. Und ich finde das wichtig, dass man das selber macht, dass man selber bestimmt, was wann kommt. Also welches Meeting, welches Treffen, was auch immer. Und das ist ganz wichtig, das zu planen. Also auch da ganz einfache Geschichte, völlig simpel, aber extrem wirkungsvoll, und zwar Puffer einzubauen. Einfach genügend Puffer einzubauen. Das heißt, die Termine dann auch wirklich lang genug zu planen, damit man sich gut vorbereiten kann, das gut ausführen kann und eben auch dann noch gut nachbereiten kann und dann nie in diese Hektik reinkommt, diesen Stress reinkommt. Das braucht es in der Form gar nicht. Und wenn wir jetzt gerade beim Kalender sind, da bin ich ja doch recht begeistert. Warum habe ich nachgedacht? Weil ich früher immer gedacht habe, ja, das kannst du ja selber machen, Termine kannst du ja selber organisieren und so, und das hat ja auch funktioniert. Und ich habe ja so unterschiedliche Termine, unterschiedliche Leute und das kann ich ja schon selber machen. Ja, aber ich habe dann tatsächlich, meine Partnerin, also Daniela, hatte das schon länger, und ich habe dann gesagt, ja, ich mache das jetzt, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und habe da auch mehrere Möglichkeiten genutzt. Das war nicht so schlecht, aber hatte immer noch ein paar so Kinderkrankheiten gehabt. Man konnte das nicht so richtig einsetzen, und damit es auch für mich passend war. Bis ich dann wirklich etwas gefunden habe, wo ich, also auch bis heute, restlos begeistert bin, und das ist eine Firma aus Tel Aviv. Die sind richtig, richtig gut. Die sind auch, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sensationell. Da habe ich die totale Flexibilität. Und das heisst ganz einfach, Book-Like-A-Boss. Richtig cool, finde ich. Also, wenn du auch bei mir schon mal einen Termin gemacht hast, dann weißt du, wie das ist. Also, es ist eine tolle Sache, finde ich. Und für beide Seiten, was ich da auch zum Beispiel ganz lässig finde, ich habe heute wieder einen Termin, nicht studieren, sondern Verschiebung gehabt. Der Kandidat hat dann einfach den Termin selbstständig verschoben. Ich meine, das ist doch cool, oder? Das ist doch wirklich lässig. Das heisst, er muss mir nicht extra anrufen, sondern sagt, hey, ich habe mir schon etwas dazwischengekommen, ich verschiebe es einfach. Kann das selber machen. Genau, wenn es für ihn passend ist, er sieht ja meine freien Möglichkeiten in meinem Kalender, plant das da ein, fertig. Oder storniert einfach. Auch das ist dann möglich. Also, da braucht es keinen zusätzlichen Abstimmungsaufwand. Finde ich persönlich richtig, richtig gut. Und also, das ist etwas, wo ich dir sicher empfehlen kann, auch mal darüber nachzudenken, dich hier auch so unterstützen zu lassen. Also sozusagen auch die Digitalisierung auch tatsächlich zu nutzen. Was ich dir auch empfehlen kann, ich bin ja nicht der ausgewiesene Zeitspezialist. Da gibt es andere, die sich ganz spezifisch darum kümmern. Da kann ich dir auch Podcasts empfehlen. Also zum Beispiel die Anna Jelen, die finde ich noch ganz erfrischend. Vielleicht ist das eine Inspiration für dich mit ihrem Podcast. Ganz, ganz lustig auch, aber auf eine gute Art bringt sie das. Oder auch der Ivan Blatter, wo wirklich sich diesem Zeitthema auch verschrieben hat und da einen wunderbaren Podcast auch macht. Also vielleicht hörst du auch da mal rein. Da gibt es auch noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, also wo mir jetzt gerade im Moment nicht einfallen, aber ich bin sicher, wenn ich dann den Podcast fertig aufgenommen habe, fällt mir wieder was ein. Aber das sind jetzt mal die zwei, wo ich jetzt direkt den Top of Mind habe sozusagen. Ein Buch, wo ich dir auch noch empfehlen könnte, das hat mir mein ehemaliger Chef auch empfohlen. Das fand ich und finde ich auch heute noch sehr, sehr spannend. Und zwar ist das von David Allen, How to get things done. Also wie man Dinge geregelt bekommt. Also auch da eine wirkliche Empfehlung. Und was da lässig ist, ist, dass man, also er sagt einfach, wenn etwas in zwei Minuten, wenn etwas zwei Minuten dauert, dann mach es doch einfach sofort. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine ganz wertvolle Geschichte, wenn es länger dauert, das da entsprechend auch einzuplanen. Das sind wir wieder beim Terminkalender, dass die Zeiten da richtig einzuplanen. Aber ansonsten, mach es doch einfach gerade, wenn es nicht lange dauert, dann sind die kleinen Sachen gerade schon weg. Also das finde ich extrem wertvoll. Und das eben das ganz spezifische Einplanen oder auch mal zu schauen, muss ich es delegieren, kann ich es delegieren, kann es jemand anders machen, etc. Also da würde ich auch mal reinschauen in das Buch How to get things done von David Allen. Genau. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Es ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Und ja, vielleicht hast du noch Anregungen. Wenn ja, freut es mich, wenn du die mir mitteilst. Und natürlich, du weißt, eine kleine Rezension freut mich immer. Ich weiss, es ist immer ein bisschen aufwendig, ob es jetzt auf die Google-Rezension ist, ob es hier auf Apple-Podcasts ist oder wo auch immer. Aber ich kann dir sagen, es freut jeden. Genau. Ich wünsche dir alles Gute und vielleicht bis bald. Dein Christoph.